So, einen schönen guten Abend von meiner Seite und ich sehe schon, es sind schon zahlreiche Teilnehmer dabei. Wir freuen uns sehr, Sie heute zu unserem Webinar Nachhaltige Innendämmung mit Claytech Lehmbaustoffen begrüßen zu dürfen. Ein kleiner Exkurs vielleicht schon. Sie sehen oben rechts nicht nur das Claytech-Logo, sondern auch das Logo von der Firma ZELCO. Die Firma ZELCO ist eine Tochtergesellschaft von uns und hat sich auf Dämmstoff oder Dämmprodukte aus Kork spezialisiert. Lehm-Kork-Produkte gibt es dort auch und die werden wir heute auch anschneiden. Und ich werde so ein bisschen die technische Begleitung hier machen. Mein Name ist Ann-Kathrin Seeberger. Ich leite hier bei der Firma Claytech das Marketing. Sollten Sie Fragen während des Webinars haben, schicken Sie diese gerne schon in den Chat oder auch in das Fragentool. Es gibt zwei Möglichkeiten. Schauen Sie einfach, mit welchen Sie am besten zurechtkommen. Wir betreuen hier beide. Wir werden die Fragen nicht während des Webinars beantworten, sondern bis zum Ende des Webinars sammeln, weil doch die Fragen sich auch gerne schon mal ähneln. Wir sammeln die, sprechen die dann durch, ungefähr so 15 Minuten. Und wenn wir dann mit der Zeit rum sind, so gegen Viertel nach sechs und noch nicht alle Fragen beantwortet haben, kein Grund zur Traurigkeit. Wir beantworten die dann morgen schriftlich, senden die dann nochmal alle im Nachgang durch. Eine Frage, die auch immer wieder zu Anfang der Präsentation kommt. Sie erhalten, da kommt sie auch schon, gibt es später das PDF. Sie erhalten ja die Präsentation nachher als PDF. Wir schicken die mit an alle, die heute Abend dabei waren. Und falls Sie es nicht schaffen, bis zum Ende zuzuhören, was wir natürlich nicht hoffen wollen, dann können Sie sich diese Aufzeichnung auch spätestens ab Montag bei uns auf dem YouTube-Kanal anschauen. Sollten Sie Fragen haben, wie gesagt, sprechen Sie mich gerne im Chat an. Und dann würde ich jetzt an dieser Stelle an meinen Kollegen, den Herrn Röhlen, übergeben und wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei unserem Webinar. Ja, vielen Dank an Katrin. Ich freue mich, wieder auf Sendung zu sein beim fünften oder sechsten Webinar. Ich weiß es nicht genau, jedenfalls bei einem sehr, sehr guten Besuchten-Webinar. Und möchte Ihnen also in der nächsten guten Stunde einen Eindruck vermitteln zu Innendämmung mit Kre-Tec-D-Baustoffen dazu. Ein bisschen ausholen, wie wir aber auch dazu gekommen sind. Und einige Grundlagen dieser Innendämmung. Dann die unterschiedlichen Techniken vorstellen. Auch so ein paar Sachen rechts und links beleuchten, die so ein bisschen ins Technische gehen, die öfters nachgefragt werden. Ja, und natürlich auch unsere Produkte vorstellen, die dann dazu verwendet werden und eine Rolle spielen. Die erste Frage, die man sich vielleicht stellt. Wie wir überhaupt dazu gekommen sind, uns bei Kre-Tec mit dem Thema Innendämmungen zu befassen. Denn wir produzieren ja Baustoffe aus Lehm für das ökologische Bauen, für die Fachwerkssanierung und so weiter. Also wieso eigentlich dieses Spezialgebiet Innendämmung? Das ist ganz einfach. Man hat uns danach gefragt. Also in der Zeit, als wir noch als Handwerksunternehmen unterwegs gewesen sind, und bundesweit in vielen Fachwerkssanierungen, da stand natürlich die Frage auch immer im Raum. Okay, jetzt habe ich rausgebracht und der Außenputz ist da und die Innenwände werden verputzt. Aber was wird denn jetzt mit der Außenwand eigentlich gemacht? Und eine 14 Zentimeter dicke Außenwand war auch zu Beginn unseres Unternehmens in den 80er Jahren schon nicht mehr das Nonplusultra einer Dämmung. Wir haben dann also angefangen, zunächst mit dem Lehmputzen einfach zu arbeiten. Dann sind wir dazu gekommen, Schilfrohr aufzukleben, halt als smarte Dämmung. Wir haben zwischendurch Leichtlehm eingestampfte nach dem Verfahren von Frank Rollert. Das hatte sich aber dann doch als relativ aufwendig erwiesen. Also mit dem Schilfrohr hatte man auch sehr gute Ergebnisse. Der Nachteil beim Schilfrohr, ein wunderbarer Naturbaustoff, aber man kann dann schlecht einen Feuchteschutznachweis machen. Also sind wir übergegangen zu Holzweichfaserplatten, haben aber auch unsere Leichtlehmtechniken weiterentwickelt und haben so mittlerweile ein Portfolio von Techniken, wo wir auch mit der Firma Celco jetzt einen besonderen Spezialanbieter noch mit im Haus haben und haben das Thema vor allen Dingen für das immer etwas problematische Thema Sichtbachwerk, glaube ich, mittlerweile sehr gut abgerundet und im Griff. Hinweisen möchte ich darauf, dass der Strohlehmputz, der von innen, also an die Innenseite der Außenwände, über Ausfachung und Balken geputzt wurde, schon früh eine sehr einfache energetische Verbesserungsmaßnahme darstellte. Also die vielleicht so ab der Neuzeit 1450 oder bis 1600 vielleicht so langsam praktiziert wurde. Vorher war es üblich, dass man die Balken auch von innen sichtbar hatte und da pfiff natürlich der Wind durch die Fuge zwischen Holz und Balken. Und das war schon ein großer Komfortfortschritt, für eine gewisse Winddichtigkeit im Haus zu sorgen. Das Holz hat es nicht so gern, das trocknet dann natürlich nicht mehr ganz so gut aus wie vorher, aber für den Komfort im Haus war das schon eine große Maßnahme, eine tolle Maßnahme ab dem Barock. Und wenn viel Stroh dabei ist, dann hat man eben auch einen gewissen Dämm-Effekt. Also wenn man hier ganz genau guckt, dann sieht man hier bei diesem Haus, das ist nicht ganz so alt, 1830 vielleicht, dass Anstrichreste auch auf den Balken zu finden sind. Also auch das war mal inwendig sichtbar. Das ist also sozusagen der Beginn auch unserer Innendämmung gewesen. Einfach ein Strohlehmputz mit sehr viel Stroh drin. Aber wir gehen heute natürlich auf die weiterentwickelten Techniken ein. Und wir gehen immer von der Prämisse aus, dass wir das Haus nicht außen dämmen können. Also dass wir es mit irgendeiner Art von Kulturwerterhaltung, Aufgabe zu tun haben. Es hat große Vorteile, das Haus außen zu dämmen. Es hat aber auch große Vorteile, das Haus innen zu dämmen. In der Regel haben wir es hier aber nicht mit Neubauten zu tun, wo das Außendämmen über die gesamte Gebäudehülle dann auch vielleicht ein bisschen einfacher ist, sondern mit historischen Gebäuden, mit Baudenkmälern, mit erhaltenswerter Bausubstanz, wo man also die Fassade in jedem Fall erhalten möchte und deswegen die dämmenden Schichten auf der Innenseite anordnet. Die Gründe für die Innendämmung, ich sagte gerade schon, die Außendämmung hat Vorteile. Die Innendämmung hat sie aber auch. Das eine ist, wie gesagt, der Kulturwerterhalt. Und ich habe hier mal Fachwerkhäuser und Ziegelbauten hingeschrieben, weil es für gleiche, beides für gleichermaßen gilt. Aber die Fachwerkhäuser sind immer die hohe Kunst, die hohe Schule der Innendämmung, weil ich da noch zusätzlich die Schlagregenproblematik habe. Also alles, was Sie in der folgenden Stunde hören, gilt auch für Ziegelbauten oder für andere Bauten, die von außen erhalten werden sollten. Also das ist immer der einfachere Fall. Aber ich gehe deswegen immer vom Worst Case aus sozusagen vom Fachwerk. Wir haben die solaren Einträge in die massive Außenwand. Wir dämmen die nicht weg, wie man so sagt, was die Wand auch immer selbst im Winter so ein bisschen wärmer hält. Und deswegen ist der Energiestrom durch die innen gedämmte Wand meistens viel geringer, wenn man den liest, als wenn man den rechnet, weil eben diese solaren Einträge gar nicht in den Berechnungen auftauchen. Aber wenn Sie zum Beispiel eine Backsteinfassade im Backsteinhaus sehen, ich sitze jetzt im Moment hier in einem und da scheint auch im Januar die Wintersonne drauf, dann ist diese Fläche auch schon recht warm. Und das hat einen sehr, sehr großen Einfluss auf den Wärmedurchgang. Das Zweite ist die Wirtschaftlichkeit. Man hat keine Gerüstkosten, man hat keine schwierigen Anschlüsse an Traufe und Ortgang, sondern hat nur den normalen Aufwand, den man auch bei sonstigen Renovierungsarbeiten hätte. Und man kann auch Teile dämmen, Teile eines Gebäudes, wenn zum Beispiel so ein Haus in mehrere Eigentumswohnungen aufgeteilt ist oder wenn man sukzessive vorgehen will, Raum für Raum, dann hat die Innendämmung schon große Vorteile. Umforderungen und Ziele. Was erwarten wir von der Innendämmung? Vor allen Dingen erwarten wir von der Innendämmung eine große Fehlertoleranz, und zwar in der Planung und in der Ausführung und später auch in der Nutzung. Es gibt also Innendämmungen, die, ich greife etwas vor, ein sehr schlechtes Feuchtemanagement haben, die nur funktionieren, wenn man die akribisch abgeklebt, wenn da wirklich kein Luftwalt mehr ist oder sonst was. Und das ist nach unserer Erfahrung nicht besonders lebenspraktisch, baustellenpraktisch. Also es muss eine gewisse Fehlertoleranz da sein, und zwar auf allen Ebenen. Der Planer muss sich mal etwas mit der Schätzung des Bestandes getäuscht haben können. Der Handwerker und die Handwerkerin muss sich auch bei der Ausführung, da kann mal was passieren dürfen. Und auch wenn der Nutzer besonders gerne lange duscht, dann darf das nicht zu Problemen führen. Also die Fehlertoleranz ist ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt. Und dann wollen wir natürlich, wir sind ja auf der Innenseite, ein Maximum an Dämmung erreichen bei einem Minimum an Raumverlust. Und das ist besonders bei unseren Bauvorhaben natürlich eine ganz besondere Größenordnung, weil ich sprach ja schon von der Fachwerkssanierung. Und da sind die Räume ja oft verhältnismäßig klein. Also da wird man nicht sagen, so wir bringen jetzt von innen 20 Zentimeter auf, dann steht das Bett sozusagen nicht mehr quer, weil der Raum einfach dadurch zu klein geworden ist. Es geht ja auch um die Quadratmeter, die man da verliert, also ein Maximum an Dämmung bei einem Minimum an Raumverlust. Und das aber bei einer wirklich geprüften Sicherheit, wenn das hier eine Risikokonstruktion wäre und man hätte damit schon mal schlechte Erfahrungen gemacht, dann würden wir die nicht mit so breiter Brust halt vertreten und auch diese Techniken in Form von Baustoffen in den Handel bringen. Ich kann also mit gutem Gewissen sagen, dass die Innendämmung unter den Techniken, die wir bei uns entwickelt haben und haben, eine der sichersten ist. Wir sind buchstäblich nicht einmal in all den Jahren, in fast Jahrzehnten, auf einer Baustelle gerufen worden, wo es Schwierigkeiten mit Innendämmungen gegeben wird. Also prinzipiell, dass das zu nass geworden wäre durch das Taubasser oder sonst was halt. Es kann sich wohl mal Putz von der Passade lösen. Es gibt schon mal einen Riss im Trockenbau. Die Innendämmung ist aber unverwüstig. Also wenn man einige wenige Spielregeln beherrscht, dann behaupte ich mal, das ist eine sehr, sehr sichere Technik. Die Grundsätze, auf die wir achten sollten, müssen, um diese Sicherheit zu erreichen, ist einmal die kapillare Leitfähigkeit der Baustoffe. Das heißt also, wenn irgendwo wirklich mal Kondensat auffällt oder nach einem Regenguss das Wasser den Weg in die Wand findet, dann ist es sehr, sehr wichtig, dass dieses Wasser auch verteilt werden kann in alle Richtungen und an die Verdunstungswelle zurückgeführt werden kann. Das ist also eine ganz wesentliche Lebensversicherung zu allem feuchten Schutz im Bauwesen, dass also gefährdete Bauteile, Holzbalken vor allen Dingen von kapillar leitfähigen Baustoffen umhüllt sind, umgeben sind. Und dann sollten diese Baustoffe diffusionsoffen sein. Das heißt, auf dem Austrocknungsweg sollten die Gegenteil wie eine Aluminiumfolie oder eine Kunststofffolie eben nicht wie ein Regenmantel um das Bauteil herumliegen, sondern sie sollten die feuchte Luft, die beim Austrocknen entsteht, durchlassen und möglichst schnell in den Raum oder auch nach draußen durchdiffundieren lassen können. Sie sollten sorptionsfähig sein. Das heißt, sie sollten auch in der Lage sein, eine ganze Menge Wasser aufzunehmen, bevor es zum Beispiel im Kondensatfall in der Wand überhaupt dazu kommt, dass das Wasser wirklich in flüssiger Form ausfällt. Und das ist eine schöne Sache. Das sind die meisten Naturbaustoffe. Das ist Lehm bekannterweise in einem ganz besonderen Maße. Das sind aber auch Holzweichfaser und alle Holzfaserstoffe. Es ist die Hellulose, Papier ist ja auch mehrere wenige Holz. Es ist die Flaxdämmung, die Schafvolldämmung und was es da nicht alles gibt. Also Naturbaustoffe, pflanzliche Stoffe oder auch Lehm sind sehr, sehr sorptionsfähig. Also ein Gegenteil wäre zum Beispiel die Mineralwolle, also aus Glas produziert oder aus Gesteinen. Da ist so gut wie keine Wasseraufnahme möglich. Wir wollen außerdem die Konstruktion hohlraumfrei haben. Das heißt, wir wollen da keine schalenförmigen Hohlräume haben und möglichst auch keine punktuellen Hohlräume, weil da könnten sich dann tatsächliche Wasseransammlungen ergeben, aus welchen Gründen auch immer. Und wir haben lieber alles mit kapillarleitfähigen Materialien gefüllt. Ich gehe nochmal eben Kopfsatzpunkt aus der... Aus der Präsentation geflogen. Zum Hohlraumfreien gehört auch, dass die einzelnen Schichten kontaktschlüssig aneinander gelegt sein sollen. Ja, also sein müssen. Man hat in den 80er Jahren noch wohl gedacht, wir lassen das Ganze mit Luftspalten und hinterströmen. Das ist fürchterlich daneben gegangen. Also wir tun viel besser, wenn wir eine kapillarleitfähige Schichten, wenn sie noch so gering kapillarleitfähig ist, wie zum Beispiel Holzweichwasserplatten, an die andere legen. Und eine besonders schöne Sache bei unseren Techniken ist auch ihre Verformungstoleranz. Ja, also das Fachwerkhaus gerade nach einer Sanierung, da bewegen sich die Balken immer so etwas. Und halt das ganze Beflügel verformt sich noch. Und es ist wunderbar, wenn diese Bewegungen sich nicht sofort auf der Innenseite durch Spannungen oder durch Spannungsrisse abbilden. Und ich dann da halt die ersten Rüsse einfach habe, ein Jahr nach der Sanierung. Also wir haben weiche Baustoffe, ich vergleiche es mal mit so einer Schaumstoffmatte, die von innen auf der Konstruktion liegen und einiges an Verformungen dieser Konstruktion für den Innenputz und den Innenanstrich mitmachen. So, das waren genug der Vorbemerkungen. Wir wollen konkret werden. Ich will Ihnen die drei Techniken der Innendämmung, die wir haben, vorstellen und dabei gleich ein paar erläuternde Worte sagen. Also das Wichtigste, mit dem wir es zu tun haben, sind die angemörtelten Holzfaserdämmplatten. Man sieht es also hier, dass Platten in ein Klebebett verlegt werden, dann nochmal mit zwei Hübeln pro Platte fixiert werden. Das ist nicht, damit die nicht von der Wand fallen, das würde die Klebung schon verhindern, aber damit ich wirklich sicherstelle, dass sie in dieses Klebebett gepresst werden, gezogen werden, um eben diesen Kontaktschluss und dieses Hohlraumfeilen zu ermöglichen. Und nach innen wird es dann in der Regel dünnlagig verputzt. Die Vorteile, wir haben eine hohe Wirtschaftlichkeit, also das ist mit relativ wenig Aufwand oder mit relativ wenig handwerklichem Aufwand zu machen. Wir haben einen sehr geringen Raumverlust, weil die Platten einen schon sehr ordentlichen Dämmwert haben. Und wir haben eine hohe Effizienz, was die Wärmedämmung anbetrifft. Also das, was wir eben gesagt haben, kleiner Raumverlust, hohe Wärmedämmung, das wird hier sehr, sehr gut erfüllt. Wir haben schon sehr, sehr gute Wärmedämmverbesserungen durch diese dünnen Schichten von vier oder sechs Zentimeter. Das Zweite, was wir nicht vernachlässigen dürfen, ist die Leichtdämmschale aus einem Wärmedämmleben. Wenn Sie sich das links anschauen, dann unterstellt es natürlich immer, dass meine Außenwand, die ich von innen dämmen möchte, leidlich eben ist. Ja, also dass ich da nicht allzu viele Anlagen aufputzen muss, um überhaupt meine Ebene zu bekommen, auf die ich was montieren kann. Das ist aber gerade bei einer Fachwerksanierung oft die pure Theorie. Ich habe in den Wänden große Vor- und Rücksprünge. Und da kann ich natürlich mit einer solchen Schütttechnik das alles ausgleichen. Und von daher kann, je nachdem, wie die Außenwand aussieht, eine solche Schütttechnik absolut wirtschaftlich sein. Also wir können Versprünge in der Außenwandbalken, die noch dicker vorspringen, als wir das hier sehen oder Sockelbereich oder wie auch immer, ausgleichen. Wir haben eine perfekte Hohlraumverfüllung und auch eine recht effiziente Dämmung bei einer maximalen Fehlertoleranz. Also was irgendwelche grenzwertigen Dinge bauphysikalischer Art, also das jetzt, ich sage mal, eine Bruchsteinaußenwand habe oder halt eine etwas höhere Bewitterung, da kommen wir noch dazu. Da haben wir hier mit dem Wärmedämmleben die bei weitem fehlertoleranteste Technik. Und wir können natürlich einfach ein Mauerwerk von innen gegen die Außenwand mauern. Da kommt es auch darauf an, dass diese Schalenfuge hier verfüllt ist. Also auch da kapillarschlüssig, kontaktschlüssig arbeiten. Und dann wird eine Wand halt aufgemauert an der Innenseite. Das hat einen einzigen Vorteil. Es ist einfach eine ganz, ganz übliche Technik. Also die Maurer, die da sind und die Außenwandausfackungen mauern, die können dann innen gleich mit der Schale weitermauern. Das ist halt wenig erklärungsbedürftig. Ansonsten hat es auch einige Nachteile. Ich habe halt einen verhältnismäßig großen Raumverlust. Ich muss mir über die Gründung mehr Gedanken machen als bei den anderen Techniken. Die hängen mehr oder weniger an der Wand. Ja, vor allen Dingen die Platte wird ja nur aufgeklebt. Und ich habe eine allgemessen am Raumverluste verhältnismäßig geringe Verbesserung des Dämmwertes. Das ist aber auch durchaus eine private Technik. Wir haben auch Steine dafür. Und das wird absolut auch gemacht, falls eben so im Zuge des Mauerwerkbaus. So, wir wollen zurückgehen zu der angemörtelten Dämmplatte. Ein paar Vorbereitungen zu der Technik, die auch zu allen anderen Techniken mehr oder weniger betragbar sind. Zunächst mal muss ich mir die feuchte Belastung des Fußpunktes anschauen. Wenn das wirklich nass ist, wenn der Putz da von der Wand gefallen ist und das offensichtlich schon mehrmals und man hat Bitumen gestrichen und das ist auch wieder abgeblättert und so weiter, dann muss man da etwas machen. Man muss halt so eine Horizontalsperre einführen, also dass man das trennt nach unten hin, Vorlaufsperre oder Blech oder was weiß ich, dass kein Wasser mehr aufsteigt. Also eine vertikale Sperre von außen zum Beispiel, das ist ja meistens der Fall, da kommt das gar nicht von unten, sondern von außen im erdberührten Bereich, dass ich das also abrichte. Oder wenn ich das alles nicht kann, was bei Bruchsteinen der Fall sein kann, dann muss ich zum Beispiel in diesem Bereich eine kapillarleitfähige Platte, eine Mineralschaumplatte oder eine Kalzumsimplatte vorsehen, die nicht aus organischen Baustoffen besteht und die mit der Feuchte nochmal wesentlich über längere Zeiträume und mit größeren Mengen zurecht rum. Der absolute, die ultime Ratio ist das Aufkleben einer Schaumplatte, die lässt dann die Feuchtigkeit einfach raus und sperrt es ab nach innen. Die sollte aber immer ein Stück über den aktuellen Feuchtehorizont geführt werden, weil der sich durch die Maßnahme meistens erhöht. Mit der Feuchtebelastung geht meistens die Salzbelastung einher, das hat man vor allen Dingen oft in alten Stallgebäuden. Das sieht man an Ausblühungen und so weiter und das Salz, das hat die üble Eigenschaft, dass sie seine eigene Durchfeuchtung hygroskopisch produziert und dann das Volumen vergrößert und sprengt. Also da kann man auch mal eine Untersuchung machen lassen, das kostet unter 100 Euro, wenn man das also mit bauschädlichen Salzen zu tun hat. Das geht, wie gesagt, oft einher und da muss das entsalzen werden, also auch gesperrt und entsalzen. Das geht wunderbar mit dem Opferputzen, so heißt das, wenn man den Leben draufputzt und nimmt das Salz auf und dann kann man den wieder runternehmen. Das führt uns aber jetzt zu sehr in Sicherheit, also ein Blick auf den Fußpunkt sollte bei den Dämmungen auf jeden Fall gelegt werden, aber es ist auch hier eine gewisse Fehlertoleranz da. Wenn man also sagt, ach, das ist trocken und dann war es doch nicht ganz trocken, dann machen die Techniken das schon. Alles, was der Dampfstrom behindert könnte, Fliesen, Ölanstriche, Dichte, Tapeten und so weiter, das muss weg. Alles, was auf den Namen Kalk oder Lehm hört, das kann aber gerne da bleiben, das ist regionsoffen. Gipsputze sollten unserer Meinung nach brauchen, unserer Meinung nach nicht entfernt werden. Also der feuchte Anfall, den wir hier schlimmstenfalls durch das Vorwasser haben, wird niemals ausreichen, um wirklich zu einem, ja, in einer völligen Verlierung der Festigkeit des Gipsputzes zu führen. Und Ausblühungen kann es auch nicht geben. Dazu müsste Zement im Spiel sein. Das ist bei unserem Leben nicht gegeben. Also da wird immer leidenschaftlich darüber diskutiert. Sparen Sie sich die Arbeit, lassen Sie den Gipsputz drauf. Sie brauchen ihn nicht zu entfernen. Es hat auch noch nie Probleme damit gegeben. Aber streichen Sie mal im Quast über die Fläche, um zu sehen, ob der wirklich einigermaßen diffusionsoffen ist und das Wasser aufnimmt. Das kann mit all den Tapezierlagen und Kreisverlagen da drauf schon mal so ein bisschen das Problem sein. Aber der eigentliche Gipsputz, der kann am Bauteil verbleiben. So, dann das Produkt. Das ist die Playtech-Holzfaserdämmplatte. Verkommungstolerant, wie gesagt, gutes Feuchstemanagement und diffusionsoffen. Das sind kleine Platten, sehr handlich für eben diese Aufgaben, die wir hier zu bearbeiten haben in der Denkmalpflege, sind ja kleine Flächen und in 40, 60 und 80 Millimeter verkündbar mit Nut und Feder. Ein ganz wichtiges Produkt dazu, der Lehmklebung und Armierungsmörtel. Hier in diesen beiden Rollen. Wir sehen, dass beim mittleren Bild und beim rechten Bild, beim mittleren Bild die Klebung, beim rechten Bild die Armierung. Also damit wird die Innendämmplatte an die Wand geklebt und damit wird auch die Armierungslage dann auf die Innendämmplatte gemacht. So, wie wird das eingebaut? Zunächst mal Ausgleichsschichten von mehr als 10 Millimeter müssen austrocknen können. Also man darf da keine Feuchte einsperren. Bis 10 Millimeter kann man direkt kleben. Wenn es mehr ist, austrocknen lassen die Auffütterungsschicht und dann mit dem Lehmkleber, mit dem Zahnspachtel aufkleben. Ja, die Platten mit dem Klebe- und Armierungsmörtelansetzen, den wir gerade gesehen haben. Fixieren nochmal mit den Schrauben. Ich habe ja eben beschrieben, wofür das sein muss, wofür das gut ist. Also um die Platte wirklich ins Mörtelbett zu pressen. Wenn man meint, darauf verzichten zu können, dann kann man das auch tun. Also es ist jetzt mechanisch nicht notwendig. Viele Dämmplattenhersteller sagen das auch. Also uns ist das immer lieber, weil es könnte sich auch während des Machen so ein bisschen ausbeulen und solche Dinge halt. Aber man muss das nicht unbedingt mit den Schrauben oder mit den Dübeln machen. Wir haben aber sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Das trägt zur Sicherheit bei. Zwei Befestigungspunkte pro Platte und die Platten werden im Verband versetzt, also ohne Kreuzflug. So, hier ein paar Bilder dazu. So, da ist mit dem Achterzahnspachtel aufgetragen auf die Rückseite. Die Platten werden angesetzt und hier im Detail, so ist es richtig, so soll es sein. Es soll so richtig herausquitschen. Dann hat man auch einen wirklich sicheren, flächigen Verbund, wenn es dann mal eine kleine Fehlstelle irgendwo in der Plattenfläche gibt, ist das nicht so schlimm. Aber es sollte schon so richtig satt da drin sitzen. Der Verputz erfolgt in der Regel per Dünnlagenbeschichtung. Da kommt also dann die eben gezeigte Lage aus dem Klebe- und Armierungsmörder und Gewebe. Dann kommt entweder Osima-Lehm-Designputz oder ein Pläfix-Lehm-Anstriche obendrauf. Man kann, wenn man möchte, auch dicklagisch beschichten. Da beginnt man mit unserer Grobkorngrundierung, die rote. Dann kommt eine grobe Lehmputzlage von maximal 8 Millimeter und über Kopf 5 Millimeter pro Lage auf die Platte. Da kommt dann hier und dort das Gewebe rein. Also was eben in dem Kleber kam bei der Dünnlagenbeschichtung. Die Gesamtputzdicke der Wand soll nicht mehr als 15 Millimeter sein. An der Decke und Dachschrägen nicht mehr als 10 Millimeter und immer mindestens in zwei Lagen. Bei einer Wandflächenheizung das Gleiche. Erstmal für eine Griffigkeit sorgen mit der roten oder einer Zahnspachtung aus dem Kleber- und Armierungsmördel. Dem Vorspritz von maximal 8 Millimeter. Dann wird über den Rohrscheitel abgezogen. Man lässt trocknen mit Heizungsunterstützung. Und dann kommt die Armierungslage nochmal darüber mit Gewebe, die ist ca. 5 Millimeter dick. Und die lässt man trocknen. Und dann kommt das, wie eben beschriebene Finish-Josima oder Anstrich Clayfix-Lehm-Anstrich. Ja, hier nochmal die Arbeitsgänge. So wäre es ganz ideal. Erst die Schiene, dann die Griffigkeit. Das ist oft allerdings auch umgekehrt vom Ablauf her. Die Bohre kommen hinein. Dann wird, hier geht es sogar in einer Lage, in der Regel in zwei Lage, aufgefüttert bis zum Rohrscheitel. Und dann kommt die letzte Lage. Achso, die haben wir jetzt hier nicht. Zwei Aspekte noch zur Elektroinstallation. Da kommt schon mal die Frage, ist das denn luftig zur Außenwand hin? Wenn man das wirklich befürchtet bei einem Frachwerk, dann gibt es zum Beispiel von der Firma Kaiser Elektro Unterputzdosen, die selbst luftdicht sind. Da hat man dann überhaupt keine Probleme mehr. Und dann wird zur Befestigung kleine Lasten, entweder mit langen Schrauben oder Dübeln oder mit Einschraubbefestigern. Wir haben mit der Firma Tox da ein Programm, eine Broschüre entwickelt, die Sie auch auf unserer Internetseite abrufen können. Da sieht man halt, wie man Lasten, wie man kleinere Sachen auch in solchen Platten befestigt. Sonst muss man da einen Montageplatz vorsehen. Ich komme zur zweiten Technik, der Innenschale. Da gibt es einmal Claytech-Produkte als Füllung. Das ist der Holz- oder der Pläton-Leichtlehm. Der ist insgesamt so etwas schlichter von seinen Eigenschaften her. Und eben seitdem wir mit Celco zusammenarbeiten, den Celco-Wärmedämmlehm, den man da einfügen kann. Man macht zunächst eine Lattenunterkonstruktion, die die Bandstärke vorgibt, die spätere. Da muss man dann natürlich auch überlegen, wie sollen die Fenster drin sitzen. Kleiner Tipp, machen Sie die Fensteröffnung innen etwas größer. Dann haben Sie schräge Laibungen. Der Dichteinfall ist höher. Das Licht, die Lichtöffnung im Raum wird größer wahrgenommen, also die Fenster gerne von innen so etwas größer umrahmen. Diese Gedanken muss man sich vorher machen. Man kann das dann schließen mit einer Holzsparschalung, die zeige ich gleich noch im Bild, oder mit einem Schilfrohrgewebe, 70 Tengel pro Meter. Das ist das, was wir da auch abgebildet sehen. Und dann wird das Material einfüllen und verdichtet und lässt dann, lässt man es trocknen einige Wochen. Ja, also das ist das Produkt aus Lehm, Holzfließ, expandierter Pork und Kieselgur. Erdfröchte im Big Bag und das gibt es allerdings auch als Sackware. Die Trockenrodig ist sehr leicht mit 300 Kilogramm. Und der Lambda-Wert, das heißt der Wärmedurchgang, ist 0,08 Watt pro Meter und Kelvin. Und das ist für ein solches Schüttmaterial, was dazu auch noch eine feste Schale bildet, ein wirklich ganz beachtlicher Wert. Wir haben bei den anderen Leichtlehmen 0,17, also ungefähr um das Doppelte schlechter. Und bei den Dämmplatten, bei den Holzfaserdämmplatten, was ja wirklich schon richtige Dämmstoffe sind, da haben wir 0,04. Also es ist absolut beachtlich, dass man mit der nur doppelten Dicke einer regelrechten Dämmung aus Holzweichfaser oder aus Mineralwolle, woraus auch immer, damit zu einer Schütttechnik schon den gleichen Effekt erzielt. Also vor dem Hintergrund wenig Raumverlust. Hier ein paar Bilder aus der Ausführung. Man sieht die Verlattung, weil das Material eben effektiver ist, ist wesentlich kleiner als in der eben gezeigten Skizze. Das ist jetzt diese Schwarschalung, die wird immer auf Abstand gesetzt, kann man auch mit Dachlatten, damit dazwischen noch gut halt das Material austrocknen kann. Und dann wird es eingefüllt und soweit verdichtet, dass alle Wohlräume gefüllt sind. Es muss nicht richtig verstampft werden, aber soweit verdichtet, dass keine Wohlräume mehr bleiben. So sieht es dann während der Trocknung aus oder alternativ eben mit dem Schilfrohnen. So und die vierte, die dritte Technik, die Mauerwerk-Innenschale. Wie gesagt, man muss sich vor allen Dingen in den oberen Geschossen was zur Gründung überlegen, ob man da quer oder zu den Deckenbalken legt oder in die Wandübel oder wie auch immer. Auch hier darf die Schalenfuge nicht zu groß vermittelt werden. Also es sollte nicht mehr als 10 Millimeter nasses Material eingefüllt werden. Es trocknet sonst einfach zu lange. Also der feuchte Angriff, so während der Bauzeit, der ist dann zu groß. Also alles, was über 10 Millimeter ist, beiputzen und trocknen lassen. Und dann wird die Schalenfülle, Schuhe satt mit dem aufgehenden Mauerwerk verfüllen. Und damit einem die Steine, damit einem das Verfüllen gelingt und damit die Steine sich nicht herausdrücken, werden die ab und an fixiert während des Aufmauerns, zum Beispiel mit einem Montagelochband, was an der Außenwand befestigt wird. So circa fünf Befestigungspunkte pro Quadratmeter. Das ist so ähnlich, wie man das auch außen bei Kinkerschaden beispielsweise macht. Also man muss die während des Verküllens fixieren. Die brauchen nicht Edelstahl, falls so sein, die Materiallochbänder. Selbst wenn die irgendwann mal rosten würden, das ist nur während der Bauzeit eine Fixierung. Ja, das sind die Produkte der Lehmstein 2DF mit einer Rohdichte von 700 Kilogramm pro Quadrat Kubikmeter. Das ist also der leichteste Stein, den wir haben. Leichter kann man es noch mehr stellen oder wir haben es noch mal etwas hochpreisiger als Lehmstein NF in einem kleineren Format, Normalformat mit einer Rohdichte von 800 Kilogramm. Das wäre hier das Mittel der Wahl, der 1200 Kilogramm ist eigentlich der Stein, der außen im Fachwerk eingesetzt wird. Unvermauert wird es mit unserem Lehmmauern noch leicht, den es sehr vollständig weg gibt. Oder auch als Sackware, der von seiner Rohdichte her den Steinen schon so ein Stück nahe kommt und damit einigermaßen ähnliche Eigenschaften hat. Deswegen ist er auch mit leichtzuschlägen versehen. So, wichtige Einzelaspekte, dazu kurz einen Schluck Wasser. Ich will, nachdem wir jetzt die Techniken vorgestellt haben und schon eine ganze Menge gesehen haben, wie es denn geht, auf so ein paar einzelne Aspekte eingehen, die immer wieder diskutiert werden. Es soll keine bauphysikalische Vorlesung werden, aber ich will es ganz kurz beleuchten, was immer bei der Innendämmung halt besprochen wird. Es ist einmal der Taubasserausfall, der sogenannte, dann die Bewitterung und der Einfluss auf die Innendämmung. Welche U-Werte erreichen wir denn? Wie ist die Rechtslage? Gibt es Förderungen? Wie gehen wir mit Wärmebrücken um? Ist das ein Problem bei der Innendämmung? Und schließlich will ich Ihnen auch unsere Putze dazu vorstellen. Zunächst einmal hier beim Thema Taubasserausfall eine schematische Darstellung der Wand aus dem Programm kommt, von innen nach außen, das ist ein Feuchteschutzprogramm kommt. Wir haben einen 6 mm Lehmputz, das ist die Dünnlagenbeschichtung, 60 mm Holzweichwasserplatte, hier ist die jeweilige Dämmwert, Klebelage, der Altputz. Dann sind es hier 140 mm Leichtdämmstein von einer geringen Rodicht und außen 20 mm, ja, könnte auch 15 sein, der Kalkputz. Also das ist eine Wand, die wir uns jetzt hier mal genauer anschauen. Das ist also ein ganz, ganz typischer Fall für eine Innendämmung, also eine Fachwerkwand, die ausgemauert worden ist mit Leichtdämmstein und jetzt von innen zusätzlich gedämmt wird. So, dann haben wir hier durch diese eben gezeigte Wand den Temperaturverlauf. Also die Temperatur, die startet mit 20 Grad und dann wird es immer kühler im Bereich der Dämmung. Da ist natürlich der Temperaturabfall besonders groß. Wir haben ja eben deswegen die Dämmung auch aufgebracht. Und die Außen, die Innenseite der Außenwand ist also verhältnismäßig kalt. Wenn ich Außen minus 5 Grad habe, dann liegt die also hier schon so irgendwo bei 3 Grad. Und dann geht es eben durch das massive Baustell, durch die Steine runter bis zu dem Punkt, dass ich halt draußen minus 5 Grad habe. Was passiert jetzt mit der Feuchte? Es ist so, dass warme Luft viel mehr Feuchte aufnehmen kann als kalte Luft. Deswegen sprechen wir auch immer von relativer Luftfeuchte. Wenn die 50 Prozent ist, dann ist von der Sättigungsmöglichkeit, was die Luft maximal aufnehmen kann, bevor Tröpfchen entstehen, wären 50 Prozent erreicht. Also warme Luft kann viel, viel mehr aufnehmen als kalte Luft. Und die 50 Prozent bei 20 Grad sind bei 10 Grad vielleicht schon 80 Prozent, weil einfach die Anzahl der Wassermoleküle ist ja gleich geblieben. Aber die Luft kann nicht mehr so viel aufnehmen. Und der Sättigungspunkt ist also näher. Was passiert jetzt in der Wand? Die Verhältnisse wollen sich ausgleichen. Das ist so in der Natur, kennen wir noch aus dem Biologieunterricht, von innen nach außen. Dann diffundiert also die feuchtbarme Raumluft durch die Wand hindurch. Sie wird immer kälter und immer kälter und dadurch wird sie auch immer feuchter. Und irgendwann ist der Punkt erreicht, das hellblaue, das ist die Kapillarfeuchte. Die soll uns mal nicht interessieren. Da ist richtiges Wasser dann da. Ja, also da gibt es das Tau, was wir alle morgens von den Blumen oder von der Autoscheibe kennen. Das entsteht dann innerhalb der Wand. Das sind dann also hier solche Zonen. Hier beginnt der Tauwasserausfall. Und auch hier entsteht Wasser. Vor allen Dingen in diesen Übergangsschichten. Ganz innen und ganz außen ist das verhältnismäßig wenig. So, jetzt kann man vielleicht denken, um Gottes Willen, da entsteht mehr Wasser in der Wand. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Und bei vielen Konstruktionen auch ein ganzes Stück weit normal. Zunächst mal das so als kleine Randbemerkung. Sie haben das eben gesehen. Es sind immer Bereiche, wo das Tauwasser ausfällt. Manche sagen immer, wo ist denn da der Taupunkt? Also da wissen wir dann immer, da hat sich immer nicht besonders intensiv damit beschäftigt, weil es sind immer Bereiche, wo das Tauwasser ausfällt. Und die wandern auch. Sie können sich ja vorstellen, wenn innen nur 18 Grad sind und außen plus 5, dann sieht das Ganze schon vollkommen anders aus, wesentlich harmloser aus. Und dann spielt sich das auch an anderen Stellen ab. Also das verändert sich dauernd. Und wir haben sehr geringe Mengen an Wasser, die dabei ausfallen. Und die sind auch zulässig. Die sind auch nach dem zulässig und so weiter. Und wenn die jetzt überhaupt ausfallen, weil in den Berechnungen sind so Sachen wie die Sorption der Baustoffe gar nicht mit drin oder die kapillare Rückleitung. Selbst wenn die vorkommen, dann sind das immer noch sehr, sehr geringe Mengen, über die wir uns kaum Sorgen machen müssen, wenn wir diese Spielregeln einhalten, die ich genannt habe und die Dämmung so machen, so in der Dimension, wie wir es auch in unserem Arbeitsblatt empfehlen. Naturwahrstoffe haben ein besonders gutes Feuchtemanagement, was man von anderen Materialien, wie zum Beispiel Schaumkunststoffen oder Glaswolle, nicht behaupten kann. Und wir haben ein Problem, das wir uns viel genauer anschauen sollten, nämlich das Problem der Starkregenbeanspruchung. Also in einer Wand sind ungefähr 80 Prozent der Feuchtigkeit entsteht durch den Regen und nur 20 Prozent im Worst Case durch diesen Zauwasserausfall im Bauteil. Jetzt könnte man sagen, was hat das denn eigentlich mit der Innendämmung zu tun? Wir müssen sich vorstellen, wenn Sie eine Innendämmung machen, dann wird die Fassade weniger durchheizt. Sie profitiert weniger von der Raumheizung und deswegen steht die Fassade auch nach einem Regen länger nass. Ja, also ein Gebäude, was 200 Jahre gestanden hat, weil es nach dem Regen immer nur sechs Stunden halt feucht war. Und das macht das jetzt vielleicht nach dem Regen plötzlich 18 oder 24 Stunden feucht. Und das hat natürlich eine Auswirkung und die ist viel, viel wichtiger als der Tauwasserausfall, was da entstehen kann. Das Kondensat, das sind meistens sehr, sehr geringe Mengen, die, ich sage mal, salopp gerade bei kapillarpfähigen Baustoffen irgendwo bleiben. Und die Innendämmung ist natürlich auch immer ein bisschen ein Trocknungshemmnis zum Raum hin. Also die Fassade trocknet ja immer im Zweifel. Also ganz wichtig, auf die Beregnung zu schauen. Außen gucken, Innendämmen, salopp gesagt, das ist eine viel größere Lebensversicherung als, ich weiß nicht welche, Berechnungen über einzelne Gramm Wasser da anzustellen. Kommen wir mal kurz zur Bewitterung. Eigentlich wird von der BDA, der Wissenschaftlich-Technischen Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkzeuge und Denkmalpflege, empfohlen, dass man Sichtfachwerk nur in den Regionen der staatlichen Beanspruchungsgruppe 1 machen soll. Also da, wo es nicht viel regnet, ganz salopp gesagt, das Deutsche Institut für Bautechnik, das EBT, das sieht man, sieht das auch so. Und das sind dann auch die Bereiche, wo die Innendämmung eigentlich ungesehen eingesetzt werden kann. Die DIN 4108, die hat dann die Deutschlandkarte in so Bereiche geteilt. Und dieser tolle Beanspruchungsgruppe 1 Bereich, wo es nur 140 Liter pro Quadratmeter im Jahr auf die Fassade regnet, das sind hier diese hellen Bereiche, also in Brandenburg und Sachsen-Anhalt und vielleicht noch hier so südlich von Frankfurt. Wenn wir jetzt darüber eine Karte legen, der deutschen Sichtfachwerklandschaft, dann stellen wir fest, die ganzen Fachwerkhäuser stehen überall in Gegenden, wo die gar nicht stehen dürfen. Also in Brandenburg, da, wo wir eben gesehen haben, da stehen kaum mehr. Das ist aber auch nicht schlimm, denn auch die DIN sagt, dass nicht nur die Landkarte wichtig ist, sondern die konkrete Lage vor Ort. Also wenn zum Beispiel, egal wo ein Gebäude liegt, das so wie hier in einer Delle liegt, dann ist es so geschützt, dass man es auch zur Beanspruchungsgruppe 1 zählen kann. Und das tut fast jedes Fachwerk aus, was sich in einer Kleinstadt, in einem Dorf, in einem Ort, also in einem gebauten Container umdruckt. Und trotzdem schauen Sie sich die konkrete Situation genau an. Sonst haben Sie ein Fachwerkhaus, was die Bewitterung wie hier dieses Hochhaus hat. Und so ein paar Beurteilungskriterien sind die Lage in der Landschaft. Das ist ja das Bild da, rechts ist das geschützt oder nicht. Wie ist die Himmelsrichtung? Die Ostseite, die hat natürlich eine viel geringere Belastung als die Westseite in den meisten Regionen. Wie ist der Zustand der gefachten Balkenoberfläche? Also spielen Sie ein bisschen detektiv. Ist da schon der relativ junge Anstrich vollkommen weggebittert? Oder ist da vielleicht sogar ein alter Lehmputz auf dem Gefach seit 300 Jahren? Dann kann die Bewitterung so dramatisch nicht sein. Also schauen Sie sich den Zustand der Gefache und der Balkenoberfläche an. Wie viele Balken mussten bei einer Sanierung ersetzt werden? Beispielsweise sind das, ist das nur die Schwelle unten? Sind das ein paar Balken oder sind das 70 Prozent der gesamten Fassade? Das spricht für eine starke Bewitterung. Schauen Sie sich die umliegende Bebauung an und suchen Sie vielleicht auch nach Spuren früherer Verschalungen oder Putze. Also wo man es draufgenagelt war. Das können die Leute einfach früher schön gefunden haben. Das kann aber auch gute Gründe gehabt haben, wie zum Beispiel die Verschieferungen im Bergischen Land oder im Sauerland. Und achten Sie immer auf das Austrocknungspotenzial. Also es ist nicht nur eine Frage der absoluten Menge der Bewitterung auf einer Fassade, sondern wie kann die austrocknen? Besteht die aus Lehmbauchstoffen? Sind da Lehmsteine drin oder sind da Kalksandsteine meinetwegen drin, die ich jetzt begründen lasse, weil es eigentlich bautechnisch noch ganz in Ordnung ist? Es trocknet aber schon deutlich schlechter, als wenn es Lehmsteine beispielsweise sind. Oder steht da ein Walnussbaum direkt vor der Fassade, der zwar nicht den Regen abhält, aber die Sonne, die die Fassade danach wieder trocknet und den Wind, der so trocken pusten kann. Also man sollte sich nicht so nur auf das Regen fixieren, sondern auch auf das Austrocknungspotenzial. Und die Faustformel ist, wenn Sie wirklich eine Ostseite haben und das Gefühl haben, das kriegt wenig Schlagreden ab, dann kann man auch sogar mit 8 cm innen dämmen. Bei einer solchen Situation bis zu einer moderaten Bewitterung, wo es nicht ganz so viel ist, dann 6 cm Holzweichwasserplatte. Wenn man sich nicht sicher ist, dann ist 4 ein ganz gutes Maß. Also das ist dann sogar im nachweisfreien Bereich, das braucht man noch nicht mal einen Feuchtenschutznachweis zu machen. Das hat also noch eine sehr hohe Ausdruckung auch nach innen. Aber es kann sogar Fassaden geben, die so darauf angewiesen sind, auf die Durchheizung, dass man es da mit der Innendämmung lieber sein lässt. Das ist aber in den seltensten Fällen der Fall, dann ist die Bewitterung der Regel so stark einfach, dass man schon eine Verschalung vorsehen muss. Und dann kann man auch wieder Innendämmen, denn dann hat man ja wieder keine feuchte Beanspruchung, weil das von außen dann schön regendlich ist. Das mal so ein paar rausgekommen. Ich habe jetzt ja Dämmstärken von 4, 6 und 8 cm Holzweichfaserplatten genannt und da sagt manch einer vielleicht, mein Gott, das ist doch nach heutigen Vorstellungen überhaupt keine Dämmung, da muss das doch mindestens 16 cm, 20 cm oder noch mehr sein. Aber betrachten wir uns halt da mal den Ist-Zustand und die Verbesserung, die wir da bringen. Also ein Fachwerk zum Beispiel mit einer 14 cm dicken Ausfachung aus Ziegel. Das hat, wenn es ungedämmt ist, einen U-Wert von 1,93 Watt pro Quadratmeter und Kelvin. Die U-Wert haben Sie vielleicht schon mal gehört, das heißt, das pro Quadratmeter und bei jedem Grad Temperaturunterschied 1,93 Watt durch die Wand und durch anderen. Das ist also ein sehr, sehr schlechter Dämmwert, ein schlechter U-Wert. Wenn wir jetzt mit der Standardvariante, mit 60 mm Holzweichfaserplatte arbeiten, da haben wir hier schon 0,52 Watt. Das heißt, wir haben ungefähr eine Vierfachung, eine Vierfache Verbesserung des vorgefundenen Zustandes. Das ist wirklich schon riesig viel, gerade bei einem historischen Gebäude, was von innen gedämmt wurde, und wir doch einige baufysikalische Sachen mehr als bei einer Außendämmung beachten müssen. Wenn wir überzeugen sind, wir haben den Platz und die Bewitterung ist wirklich gering und wir machen acht Zentimeter, dann haben wir sogar eine Verfünffachung des vorgefundenen Zustandes. Und das ist wirklich schon eine ganze, ganze Menge. Dazu hier eine Grafik, die von dem Bauphysiker Robert Borschlags mal mit dem wunderbaren Satz eingeführt wurde. Der erste Zentimeter dämmt am besten. Das hört sich lächerlich an. Aber das meint Folgendes, wenn Sie sich hier diese Säulen anschauen, das sind Innendämmungen. Hier die Ideallinie, das ist eine Außendämmung, also ohne Wärmebrücken. Da haben Sie also, wenn Sie einen einzigen Zentimeter vorsehen, schon 22 Prozent Energieeinsparung. Bei vier Zentimetern hat man schon 50 Prozent Energieeinsparung. Also hier ist jetzt ein Ziegelmauerwerk. Das ist nicht mal ein Beispiel von eben, sondern ein 24er oder 36er Ziegelmauerwerk. Aber in dem Fall hat man mit den ersten Zentimetern schon einen unheimlich starken Effekt. Hier bei sechs Zentimetern hat man bei dieser Ziegelwand schon 55 Prozent. Und wenn Sie jetzt mal schauen, so acht Zentimeter ist gar nicht mehr so ein Wahnsinnsunterschied. Und von sechs auf zwölf Zentimeter, die Verdoppelung bringt nur noch 10 Prozent. Wenn Sie dagegen schauen, wie gesagt, was der erste Zentimeter bringt, da ist man in diesem Bereich hier zwischen sechs und acht Zentimeter in einem wirklich noch sehr effektiven Bereich, wo wir noch keine bautechnischen Probleme bekommen. Also lassen Sie sich von niemandem erzählen, das ist ja ineffizient, mit so dünnen Lagen zu arbeiten. Das bringt unheimlich schon was. Hier die Rechtslage dazu. So die Frage taucht eben auf, wie viel muss ich denn da dämmen? Ich lese das mal vor. Das ist der erste Absatz, das ist für uns jetzt nicht so wichtig. Gebäudeenergiegesetze seit Januar 2020 hat die Energieeinsparverordnung, die ENEF, abgelöst. Der Paragraf 105 und 102 beschreiben Ausnahmen und Befreiungen, bei denen von der Verordnung abgewichen werden kann. Das sind also Denkmäler und sonstige erhaltenswerte Bausubstanz. Also wenn man jetzt für sein Gesamtgebäude keinen besonderen Nachweißwert erzielen muss, dann kann man sich auf diese beiden Ausnahmeparagrafen berufen. Und ansonsten nennt für eine Innendämmung das Gebäudeenergiegesetz überhaupt keinen Mindestwert mehr. Das war anders bei den Energieeinsparverordnungungen, den ENEFs, vor 2013. Da hatten sie da noch Forderungen, die fast einem Neubau entsprach. Und der Effekt war, das hat dann keiner gemacht. Da haben die Leute lieber gar nichts gemacht. Also man hat das bei den Innendämmungen sehr, sehr liberal, sehr, sehr tolerant im Gebäudeenergiegesetz gehandhabt. Da können sie mehr oder weniger das tun, was einfach baufysikalisch sinnvoll ist. Also das hat der Gesetzgeber auch irgendwann eingesehen, dass da die Maximalforderung nichts bringt, die im schlimmsten Fall das Gebäude kaputt dämmt oder so teuer ist, dass es kein Mensch mehr macht. Das ist also eine sehr liberale Situation. Und das kann auch gefördert werden. Die KfW, die Kreditanstalt für Wiederaufbau, hat ein spezielles Programm, das Effizienzhaus Denkmal, was eben auf diese ganzen spezifischen Dinge eingeht, dass man halt nicht die absolute Maximaldämmung bringen kann. Und trotzdem gibt es da eine Förderung vor. Und hier ist der Link, das ist ja, wenn wir das veröffentlichen, dann können Sie das noch nehmen. Ist aber auch bei der KfW-Seite ganz leicht zu finden. Geben Sie einfach in die Suche Denkmal ein, dann haben Sie es sehr schnell. Und da steht dann auch zum Beispiel hier sehr hilfreiche Sachen. Was sind Gebäude mit besonders erhaltenswerter Bausubstanz? Also ist hier ein Gebäude in diesem Sinne befreit, wie eben halt beschrieben? Da kommt man schon sehr gut weit. Das letzte Sonderthema, was ich beschreiben möchte, ist der Umgang mit Wärmebrücken. Das hat auch schon viele Innendämmungen zu Fall gebracht, weil da etwas irrige Vorstellungen bestehen. Das hier, das wäre jetzt eine ganz klassische Wärmebrücke, also eine massive Ziegelwand oder aus einem anderen keramischen Material oder Naturstein und eine Betondecke, die da einragt. Und jetzt hat man die Befürchtung, wenn das hier außen ganz kalt ist, minus 10 Grad, dann wird die Kälte sozusagen durchgeleitet. Eigentlich sprechen wir nur von Wärmebrücken. Ja, also das heißt, es wird zu kalt. Dann da und hier könnte Schimmel entstehen. Und nicht nur hier an der Außenwand, sondern es wird durch diese schweren, massiven Bauteile, die die Wärme sehr gut leiten oder die Kälte weitergeleitet. Und dann hat man hier so problematische Zonen. Deswegen werden hier solche Flankendämmungen vorgeschlagen, dass man also den ersten Meter oder den ersten halben Meter noch mitdämmt. Dann entstehen dann solche Dinge hier. Und das finden die Leute oft sehr unschön im Raum, diese Stufe zu haben, kommen auf die Idee, alle Innendämmende noch mit zu überdämmen. Und das ist eigentlich zumindestens von der Angst vor Kondensat in den meisten Fällen bei historischen Gebäuden nicht notwendig. Wir haben das hier mal untersucht. Also bei diesem Wärmediagramm 24 Zentimeter Ziegel, da ragt eine 11 Zentimeter Ziegelwand hinein. Und da sieht man, dass eigentlich diese Wärmebrücke eher wie eine kleine Heizung für die Außenwand funktioniert als umgekehrt. Das ist, weil selbst ein Ziegel von diesem Gewicht hat gar nicht so eine wahnsinnige Leitfähigkeit, wie Beton beispielsweise oder wie Granit oder sonst was. Das muss selbst in der Ecke schon überhaupt so weit kommen, dass selbst bei minus 10 Grad man hier unter den kritischen Bereich von 12,8, 12,7 Grad kommt. Also da braucht man sich in der Regel zumindestens bei historischen Ziegel überhaupt keine oder wenig Sorgen über zu machen. Bei den meisten Massivbaustoffwänden im Bestand wird die kritische Grenze von 12,8, die hatten wir jetzt ja ungefähr, auch ohne Flankendämmung nicht erreicht. Bei Fachwerkwänden ohnehin nicht. Bei den Fachwerkwänden tun wir den großen Gefallen, dass da an der neuralgischen Stelle immer ein Pfosten steht. Also da ist immer ein Holz und das Holz hat sehr moderate Dämm- oder Wärmeleitfähigkeitseigenschaften und ist dann immer schon eine absolute Entschärfung der Situation. Also bei Fachwerkwänden brauchen Sie nie Flankendämmung. Also das ist ein ganz wesentlicher Aspekt, eben weil kleine Räume und nutzbare Räume und so weiter. Vorsicht allerdings bei Beton. Der leitet die Wärme unglaublich gut durch. Oder wenn Wahnsinnsmaßnahmen zur Luftdichtigkeitsoptimierung halt gemacht worden sind, dann hat plötzlich nur noch eine Luftwechselrate von 0,1 oder was weiß ich, obwohl es vorher gut erschlüftet war, das Gebäude. Und wenn schon mal Schimmel da war, das ist schon auch ein Indiz, dass da vielleicht doch eine Kältebrücke sein kann. An der Stelle auch noch mal eine Eigenschaft des Lehmputzes hervorgerufen, hervorgeholter Lehm kann eben Feuchtigkeit sehr, sehr gut aufnehmen. Er puffert sie, er absorbiert sie. Und wenn Sie sich das hier mal anschauen, wenn diese Wand hier, also dieser Eckbereich, das wäre jetzt eine typische thermische Wärmebrücke, wie man sagt, also so eine Ecke, die auskühlen könnte, wenn die hier wirklich mal kalt wird auf der Innenseite und wir haben da wirklich mal 80 Prozent relative Luftfeuchtigkeit und man würde sagen, na, jetzt kannst du ja anfangen zu schimmeln, dann würden diese drei Quadratmeter hier pro Stunde 70, würden diese drei Quadratmeter in zwölf Stunden 70 Gramm 210 Gramm Wasser aufnehmen. Das ist also ungefähr das, was ich hier in meinem Glas habe. Und zwar nehmen die das am Wasserdampf auf. Das ist eine unglaubliche Menge. Das ist also ungefähr die Hälfte des Wasserdampfes, der überhaupt im Raum ist. Nun entsaftet diese Wand, diese drei Quadratmeter nicht den Raum. Keine Sorge, dass durch den Luftwechsel strömt das ja immer nach. Also das ist jetzt keine Berechnung oder Dimensionierung, aber sie zeigt uns ein bisschen, dass da ein gewaltiger Reservepuffer da ist, wenn es kurzfristig mal kälter wird. Und ein noch viel größerer Reservepuffer ist eben die genannte kapillare Leitfähigkeit der Materialien, soll da doch meinetwegen ein bisschen Torwasser an der Oberfläche und Kondensat entstehen. Es wird durch den Lehnputz, der auch sehr offen vorig ist, in alle Richtungen geleitet und in den wärmeren Bereichen wieder verdunstet. Das ist also in beiden Beziehungen eine völlig andere Ausgangssituation, als wenn Sie eine dichte Latexfarbe oder was auch immer an so einer Wärmebrücke auf der Wand, auf der Decke haben. Und das ist 100 Prozent der Grund dafür, dass wir nie, kann man wirklich sagen, zu Schimmelhalteproblemen bei genutzten Räumen, die bewohnt sind, die behalt sind, in Bestand gerufen werden, weil die Fehlertoleranz an den Wärmebrücken durch den Lehnputz wirklich ganz gewaltig ist. So, zum Abschluss noch ein paar Worte zum Putz. Der gehört immer dazu, gerade bei der Fachwerkssanierung, gerade bei jeder Sanierung schlechthin. Ich hatte schon die einzelnen Aufbauten aufgezählt, also Dünnlagenbeschichtung, Dicklagenbeschichtung. Hier nochmal die Produkte dazu. Ja, oder zunächst mal, das haben wir beim Putz-Webinar ja auch schon gesagt, ich will immer wieder darauf hinweisen, dass Lehnputze heute in der Regel mit der Maschine verarbeitet werden. Also Profis spritzen die an. Wenn man das selber macht, kann man das auch mit der Hand anwerfen oder aufziehen. Oder wir haben sogar ganz einfache Putzmaschinen, die auch von Leihen bedient werden können. Aber Lehnputz heißt nicht, ich muss alles mit der Hand machen. Also die vielen Lehnputz-Profis, mit denen wir zu tun haben, arbeiten alle mit der Maschine. Also Lehnputz wird heute angespritzt und zwar egal, ob er erdfeucht oder trocken als Mörder ist. Das sind ein paar wenige wichtige Produkte. Wir haben einen Dämmputz leicht, der ist also mit WIMS versehen. Der hat aber nicht die Eigenschaften, die jetzt ein Dämmputz der Industrie, der mit Zement und Styropor und so weiter versehen ist, hat. Also er hat nicht so hohe Dämmwerte, sondern moderate Dämmwerte. Den kann ich zum Beispiel einsetzen, wenn ich sage, ach, die Auffütterungsschichten unter meiner Weichfaserplatte, die sollen aber für die Dämmung nicht verloren sein. Also die möchte ich da auch noch bringen. Ich kann den sehr gut in der Fensterlaibung einsetzen, also bei eben solchen Wärmebrückenbereichen. Oder wenn ich, wie wir das ja eben mal gesagt haben, eine Wand habe, die so viel Bewitterung hat, dass ich da sehr, sehr unsicher bin, ob das nicht ein bisschen riskant ist. Dann kann ich immerhin mit diesem Material, mit einem recht niedrigen Wärmedurchgang, wenn ich da zwei, drei Zentimeter drauf verputze, auch schon zu einer guten Verbesserung der Situation kommen. Da sind wir wieder beim Ausgangspunkt halt wie bei den historischen einfach nur verputzen als Innenlehrung. Das Standardprodukt dafür ist aber unser Lehmunterputz mit Stroh, den wir seit 35 Jahren produzieren, der 35 Millimeter in einer Lage aufgebracht werden kann, gerade bei den Untergründen der Denkmäler. Das sind ja auch griffige Ziegelwände oder alte Lehmputze. Da ist das oft gegeben. Der kann ja sehr, sehr dick in einer Lage aufbringen aus Lehm, Sand und Stroh, erdfeucht oder trocken in der Lieferform. Und ja, bei einem Fachwerkhaus, man sieht immer vorher stehen sechs, sieben, acht Big Bags davor, nachher sind sie weg. Also das wird meistens in einem wirklich großen Stil in den Gebäuden dann auch verwendet. Eine etwas feinere Kürnung für das Finish ist der Lehmoberputz fein mit einem Korn, das nur bis 0,6 Millimeter geht. Damit kann man dann halt so die Feinputze von innen aufbringen. Und kommen wir noch abschließend zu den halt Finish-Varianten dazu, wie das Gebäude oder wie unsere Wände denn dann von innen aussehen sollen. Wir können ganz klassisch mit Kalk auf Lehm dann weiterarbeiten, also Kalkanstriche, die wir für außen empfehlen und haben. Die kann man auch innen verwenden. Das ist auch historisch sehr, sehr oft gemacht worden. Also wir haben in Mitteleuropa kaum Lehm, der sichtbar geblieben ist. Der wurde immer gekelkt in ganz vielen Lagen. Man nutzt aber heute, man macht das in der Regel mehr mit weißen Lehmprodukten, ob das jetzt der Josima-Lehm-Design-Putz oder der Klefix-Lehm-Anstrich ist. Bei Lehm auf Lehm ist so von der ganzen Verbindung der Materialien untereinander schon unproblematischer. Also Kalk ist da so das etwas sensiblere Pflänzchen, wo ich mich etwas auskennen muss, damit ich ein Buch vornässe, der mir nicht aufbrennt oder was ja so passieren kann. Also Lehm-Design-Putz oder Lehm-Anstrich, die sind da schon wesentlich fehlertolerant. Also da kann eigentlich überhaupt nichts passieren. Ein Blick hier auf die weißen Lehm-Design-Putze. Die sind also aus einem sehr hellen, aus einem weißen Lehm gemacht, dem Kaolin, was man auch Porzellan-Erde nennt, nach dem chinesischen Werk Kaolin, als der Kinderstär der Geburtsstube der Wiege der Porzellan-Industrie der Welt. Das sind also diese ganz, ganz hellen Tonerden. Und wir produzieren daraus neun verschiedene Weißtöne, wobei wir durch die Zugabe farbiger Tone in einer ganz, ganz geringen Menge dann so einen leichten Schimmer in eine bestimmte Farbrichtung damit erzielen. Aber die Ränder sind einfach der ganz helle, der weiße, der WE0, der reinweiße, dann altweiß als Farbton, der so etwas gebrochen ist, ins Kräulische geht. Oder das mit Peter Zumthoff für das Kolumba-Museum in Köln entwickelte Kolumba-Grau. Alle diese Farbtöne ergeben so eine ganz, ganz zurückhaltende Anmutung und haben trotzdem eine sehr, sehr große Lichtausbeute im Raum, was ja bei Baudenkmälern, insbesondere bei Fachwerkhäusern mit relativ kleinen Fensteranteilen schon noch eine große Rolle spielt. Also das ist das, was bei weitem am meisten gemacht wird. Ja, hier nochmal der Hinweis auf das Kolumba-Grau. Sie finden die Informationen alle in unserem Arbeitsblatt Innendämmung. Das können Sie jederzeit auf unserer Webseite herunterladen. Da unten stehen die Links dann nochmal. Es ist im Moment in der Überarbeitung, also wenn Sie es jetzt runterladen und ausdrucken oder ablegen, schauen Sie vielleicht nochmal in einem Monat oder in sechs Wochen hinein. Also einige Dinge wie zum Beispiel die Zusammenarbeit mit Zweco, die sind hier noch nicht final abgebildet. Also da wird es demnächst eine kleine Änderung geben, aber zu 90 Prozent ist natürlich alles, was da drin steht, zutreffend und kann so angewendet werden. Also das ist ein ganz wesentliches Dokument, auch für den, der das selbst machen will oder die Planerin, der Planer, der das ausschreiben, der das einsetzen will. Hier sind eben alle drei Techniken nochmal eingehend beschrieben. Weiterführende Informationen, das kommt immer am Ende. Wer unsere Webinare kennt, der weiß das schon. Ich empfehle an dieser Stelle gerne das Buch Lehmbaupraxis von Christoph Ziegert und mir, also wo das Ganze auch das Thema Innendämmung nochmal ganz ausführlich beschrieben ist. Da kam gerade dieses Kapitel mit dieser Rechtslage, das hatten wir auch übrigens daraus. Und die Lehmbaupraxis hat also einen sehr, sehr großen Denkmalteil, fast 40 Prozent des Buches, Fachwerkssanierung oder auch massiv den Bauten in Ostdeutschland. Da haben Sie also diesen Kontext zwischen dem Bestandsgebäude, zwischen dem Baudenkmal und Leben, Opfer, Putzen und alles, was es da so gibt und der Innendämmung nochmal ganz detailliert herausgearbeitet und alles das, worüber wir heute gesprochen haben. Ja, wenn Sie dann weiterkommen möchten und einen Handwerker suchen, der Ihnen die Innendämmung ausführt oder einen Händler suchen, bei dem Sie die Materialien kaufen können, dann gehen Sie auf die Händler- und Handwerkersuche unserer Seite, Händlersuche, Partnersuche auf der österreichischen Webseite und unten der Hinweis, wenn Sie das Ganze auch mal sehen wollen, ja, wie Sie das hier auf dem Hintergrundbild halt auch so schön sehen, dann besuchen Sie unsere Seite kleturs.de, bei der wir alle Gebäude sammeln, porträtieren und darstellen, die man betreten kann, ja, also die irgendwie öffentlich zugänglich sind im Idealfall, wo man sogar übernachten kann oder vielleicht in einem Weingut ein Glas Wein trinken kann. Wenn Sie also dem wirklich mal erleben wollen, wie die Raumwirkung ist, dann gehen Sie auf unsere Seite kleturs.de und schauen Sie sich Beispiele in Ihrer Region an mit einem entsprechenden touristischen Wert dann auch immer mit dazu. Es gibt da immer was zu sehen, auch bei diesem Objekt. Der Kontakt über unsere Serviceteams, Serviceteams, wir haben also vier Serviceteams bundesweit, die halt sowohl im Innen als auch im Außen, denen Sie beraten, Sie technisch beraten, für die Angebote zuständig sind, die finden Sie auf unserer Webseite und welches Serviceteam auch zu Ihrer Postleitzahl gehört und da freuen sich unsere Damen und Herren auf Ihren Kontakt, schreiben Sie eine Mail, rufen Sie uns an, wir garantieren Ihnen, dass die Wege kurz sind, dass wir Ihnen sehr, sehr schnell helfen können, dass Sie da nicht tagelang warten und dass es dann weitergeht mit Ihren Themenbauern. Das also nochmal kurz als Abspann, wie es so weitergeht, wenn man halt sich dafür entschieden hat, mit uns zu arbeiten, mit der Innendämmung oder mit einer anderen Technik zu arbeiten. Damit wäre ich dann auch durch. Ach, da kommen noch die Social Media, die will ich natürlich nicht verbessessen, also auf Instagram, auf Facebook oder auf LinkedIn. Da sind wir also sehr prominent auch vertreten und da finden Sie natürlich all das, was im Tag halt an Interessantem so rüberkommt, was jetzt auch vielleicht über Playtours oder über die Newsletter hinausgeht. Also da finden Sie uns selbstverständlich immer aktuell und wir freuen uns sehr, wenn Sie ein Teil unserer immer größeren Follower-Gemeinde werden. Ja, so, in diesem Sinne, ich bedanke mich sehr. Wenn ich Sie jetzt sehen würde, dann könnte ich Ihnen gratulieren, diesen Redeschwall bis zum Ende durchgehalten zu haben und diese teilweise doch sehr detaillierte und auch etwas weiterführende Informationen aufgenommen zu haben. Ich bedanke mich dann trotzdem herzlich an dieser Stelle digital sozusagen, aber ich hoffe, es hat Ihnen auch ein bisschen Spaß gemacht. Und es sind auch schon einige Dinge bei der Innendämmung, wo man dann so ein bisschen beschlagen sein sollte und etwas über den Tellerrand hinauszuschauen. In diesem Sinne, vielen Dank und ich gebe weiter an die Katrin. Genau, vielen Dank auch von meiner Seite. Und ich lese hier viel spannendes Feedback, dass das wieder ein toller Vortrag war, dem kann ich mich nur anschließen. Ich muss jetzt vorab sagen, wir werden es nicht schaffen, alle Fragen zu beantworten. Wir haben über 30 gesammelt während des Webinars. Ich werde jetzt einfach mal ein paar rauspicken. Es sind viele auch wieder dazugekommen, die jetzt nicht unbedingt mit der Innendämmung zusammenhängen, sondern auch da geht es um unsere Verpackungseinheiten, um die Trocknungszeiten vom Leben. Die ziehen wir jetzt an dieser Stelle raus. Aber wie gesagt, wir beantworten sie alle. Soweit ich weiß, Ulrich bist du ja morgen nicht da. Das heißt, die Antworten kommen dann sicherlich am Montag. Ja, ich bin morgen in der Bahn, wir werden sehen. Genau, also wir geben unser Bestes. Spätestens am Montag haben Sie alle Ihre Antworten. Falls Sie die Antworten früher brauchen, kontaktieren Sie uns gerne auf den Wegen, die wir gerade vorgestellt haben. Gut, ich gehe jetzt mal ein paar Fragen durch. Sind die vorgestellten Maßnahmen auch für Häuser aus den 70ern mit Uetong oder Kalksandstein, die man aufgrund von massiven Kosten nicht vollständig dämmen will, die eine Klinkerfassade haben, die man nicht wegreißen möchte? Also ob das dafür auch geeignet sei? Ja, das ist dafür auch geeignet. Also gerade mit der Klinkerfassade, da habe ich ja in der Regel noch eine innenliegende Luftschicht zwischen dem Primärtragwerk und der Außenschale. Wird oft auch verfüllt, beispielsweise mit Palette, aber ob ich das nun tue oder nicht. Ich habe im Vergleich zu diesen massiven durchgehenden Außenwänden auf jeden Fall eine entschärfte Situation. Also es gibt keine Konstruktion, die wir jetzt hier für das Fachwerk vorgeschlagen haben, die bei einem zweischaligen Mauerwerk nicht funktionieren sollte. Man sollte sich immer die Fußpunkte anschauen. Man sollte sich auch vielleicht Materialien im Einzelnen anschauen. Ob das jetzt mit Betonschale, pro Betonschale auch so ist, das weiß ich nicht. Aber in der Regel mit diesen Konstruktionen in den 60er und 70er Jahren ist es absolut geeignet. Leben verwenden als Innendämmung bei moderner, dichter Bauweise, um die Raumqualität zu verbessern. Kann das zu einer Taupunktverschiebung einer Außenwand führen? Ja, das haben wir eben beleuchtet. Der Taupunkt, der wird dadurch verschoben. Und das ist eigentlich kein Punkt, sondern ein Bereich, der auch noch andauernd wandert, je nachdem, wie warm es innen und kalt es draußen ist. Aber grundsätzlich ist bei diesen hier betrachteten Aspekten, bei diesen betrachteten Techniken, der Taubasserausfall absolut tolerierbar. Und wir haben Baustoff und Techniken mit einem sehr guten Feuchtemanagement. Und ich würde die Luftdichtung, ja, das heißt ja nicht, dass die Luftwechselrate auch gegen Null geht. Die wird ja einfach nur kontrollierter. Und zu empfehlen ist eine Luftdichtung, eine Luftwechselrate, die nicht unter 0,5 liegt. Wie man die erreicht, ob durch Fensterlüftung oder durch eine Anlage, ist eigentlich vollkommen egal. Aber wenn Sie das sichergestellt haben, dann kommen Sie kaum über die 50% relative Luftfeuchte innen. Und wenn es doch mal der Fall sein sollte, dann haben wir eben unsere sorbierenden Demkutzoberflächen. Gut. Dann die nächste Frage. Mich würde interessieren, wie der Anschluss auf der Sohle und auf den Bodenerfolg mit den vorgestellten Innendämmungssystemen. Ja, also das muss man sich im Einzelnen anschauen. Das ist von historischem Gebäude zu historischem Gebäude so unterschiedlich. Das ist keine Wissenschaft. Das ist ähnlich wie im Trockenbau. Sehen die Anschlüsse da aus. Man sollte die Innendämmung da nicht gerade klemmen. Und es kann sein, dass man die auch mit ein bisschen Abstand zum Boden versetzt. Aber das muss man sich schon im Einzelfall angucken, also auch wie der Sockelbereich aussieht und so weiter. Aber dafür haben wir auch eben unsere Techniker, damit man das auch vor Ort oder per Foto oder per Skizze oder per kleinen Videochat sich da im Einzelnen anschaut. Genau, deshalb an dieser Stelle auch nochmal die Einladung an Sie alle. Sollten Sie Fragen zu Ihrem konkreten Bauvorhaben haben oder eben auch so einen Fall, kontaktieren Sie uns gerne, schicken Sie ein paar Fotos mit. Dann melden sich unsere Techniker bei Ihnen und klären das dann im Einzelfall. Haben Sie Erfahrung mit angemörtelten Holzfaserdämmplatten auf Bruchsteinmauerwerk? Ein Fixieren mit Schrauben ist eher schwierig. Ja, aber mit Schlagtübeln, da geht das schon. Also bei Bruchsteinmauerwerk ist ja oft auch ein bisschen uneben. Wie gesagt, wenn man sicherstellt, dass die Platte, dass kein Luftspalt dazwischen kommt, dann muss man das nicht unbedingt übeln. Also man muss auf jeden Fall verhindern, dass die feuchtwarme Raumluft hinter die Dämmung greifen kann und dass es dann da so eine Art halt walzenförmige Bewegung gibt, und dass immer wieder warme Raumluft an dieser nunmehr kalten Außenwand vorbeiströmt. Und unsere Erfahrung ist, dass man das am besten mit Bübeln erreicht. Und wir haben schon Beispiele gehabt, wo man das in Beton gemacht hat, alle 20 Zentimeter gebübelt, mit einer guten Bohrmaschine, ich mache mal Schleichwerbung der Firma Hilti, mit einem guten Schlagbügel, ist das nicht so dramatisch. Kann man an die Innendämmplatte auch Schränke oder Ähnliches aufhängen? Ja, Schränke ist ein bisschen vermessen. Also es gibt diese Befestiger, die man auch aus Wärmedämmverbundsystem kennt, die da schon zu, ich meine, auch erstaunliche Belastungen wirklich dranhängen kann. Aber ich würde es auf einige Kilogramm beschränken. Also die Schranktäher, da muss man schon von 50 Kilo pro laufende Meter ausgehen, das ist schon eine ganze Menge. Aber Sie können ohne weiteres in der Schrankzone eine Holzbohle vorsehen, dann mit vier oder sechs Zentimeter, je nachdem, wie dick die Dämmung ist, mal prophylaktisch auch das mit überputzen. Und dann kann man daran immer befestigen. Das ist auch kein baufysikalisches Problem. Das Holz, das ist von seinen Dämmeigenschaften vielleicht dreimal schlechter als die Holzfaserdämmplatte. Das heißt, noch weiter von entfernt, dass da jetzt ein Wahnsinns-Wärmeleiter eingebaut wäre. Es gibt Rahmendübel, also wirklich Schwerlastanker, die man dann in die Wand wiederum auch durch die Dämmung befestigen kann. Dafür muss die Wand aber wiederum mögliche ziemlich gut sein. Ich würde es in der Regel mit einem Holz machen. Okay. Gut, dann schaue ich hier nochmal durch. Jetzt kommt hier nochmal die Frage zum Anschluss. Wie wird der Anschluss zwischen einer Innendämmung und der gedämmten Außenwand hergestellt? Sprichwort Rissbildung in der Ecke bei unterschiedlichen Untergründen. Zwischen der Innendämmung und der gedämmten Außenwand. Also ich nehme an, gemeint ist, dass es eine Außendämmung gibt auf der einen Seite und dass die andere Wand innen gedämmt ist. So was kommt ja durchaus vor. Und das Schließende an ist aber eigentlich vollkommen unproblematisch. Also die Innendämmung wird einfach zu der anderen Außenwand gepürt. Und ob man da jetzt einen Kellenschnitt, eine Putzabschlussleiste oder nur ein Armierungsgewebe durchführt, das hat mehr damit zu tun, was man da statisch und vom Verformen der unterschiedlichen Bauteile und Baustoffe erwartet, weniger von der Dämmung. Also die Dämmung, das wären jetzt ja eher so thermische Verformungsfragen, aber die sind derart gering und marginal, dass wir die mit unseren, wie schon gesagt, sehr verformungstoleranten Konstruktionen und Baustoffen mühelos aufhören. In Ordnung. So, ich schaue nochmal, vielleicht nehmen wir noch so zwei, drei Fragen. Ist es überhaupt erforderlich, eine Dampfbremse einzubauen, wenn mit Lehm- und Dampfdiffusionsoffenen Dämmstoffen wie zum Beispiel Holzfaser gearbeitet wird? Für die Frage bin ich sehr dankbar, weil es ist für mich so selbstverständlich, dass ich schon vergesse, es zu erwähnen. Nein, wir arbeiten vollkommen ohne Dampfbremse. Wir lassen ein bisschen Wasser in die Wand rein, aber wir sorgen vor allen Dingen dafür, dass es wieder rauskommt. Das ist halt wesentlich wichtiger. Also alle die Techniken, die Sie jetzt bei uns gesehen haben, die sind ja auch vielleicht aufgefallen, dass in den Schnittzeichen, in den Aufbauten irgendwo eine Folie, ein Papier oder sonst was war. Alle diese Techniken funktionieren ohne Dampfbremsen oder ohne Dampfsperrung. Super. Wie ist die erste Art von Innendämmung gegen Feuer? Ich glaube, es ging da um die drei Innendämmungsvarianten, die auf der Folie nebeneinander vorgestellt wurden. Wie sieht das da aus mit dem Brandschutz? Wir haben im Fall der Holzweichfaserplatten einen brennbaren Baustoff und wir haben in den anderen Fällen, beim Lehmstein ist es gewissen Schwellenflammbarer Baustoff, bei Zelko erwischen Sie mich etwas aus dem linken Fußball. Das dürfte eigentlich nicht brennbar sein. Also wir können jetzt nichts zu Feuerwiderstand sagen, also wie viele Minuten das im Feuer standhält und was die Innendämmung da halt für einen Beitrag leistet. Das hat einfach noch niemand Prüfungen zugemacht, weil jeder Außenband ist ja auch anders, die man da prüfen müsste. Aber was die Brennbarkeit dieser Baustoffe anbetrifft, da ist es ähnliche wie Holz halt. Aber wenn es da Fragen gibt zum Brandschutz oder zu besonderen Konstruktionen, dann kontaktieren Sie uns gerne. Also das wird man sich auch immer im Einzelfall anschauen. Gut. Ich glaube, so viele Fragen hatten wir während des Webinars noch nie. Heißt, das Thema scheint sehr interessant zu sein. Es sind auch sehr viele technische Fragen, wo ich glaube, da ist vielleicht auch eine individuelle Beratung sicherlich notwendig. Aber wie gesagt, wir beantworten alle Fragen, aber laden Sie auch gern herzlich ein, direkt mit uns ins Gespräch zu kommen. Wenn ich eine geschwungene Stampflehmwand mit 10 Zentimeter Holzweichfaser dämmen soll, wie gehe ich denn da am besten vor? Oh, das ist aber eine besondere Frage. Man kann die Holzweichfaserplatte, also das hängt natürlich sehr vom Biegeradius der Wand, aber ich nehme an, auch wegen der Schalung und so weiter, dass der Radius jetzt nicht allzu eng ist, dass also diese Wölbung verhältnismäßig gering ist. Da kann ich im Prinzip mit der Kreissäge Entlastungsschnitte einsehen da, wo ich die Platte stauchen will. Und dann schneide ich sie bis zur Hälfte, bis zum Drittel ein, probiere das ein bisschen aus, wie viele Schnitte ich brauche, damit diese Stauchen jetzt keine Luftschlitze hinterlässt, sondern nicht zu viel ist, einigermaßen geschlossen wird, dass es andererseits aber keine zu großen Spannungen gibt und dann funktioniert das schon. Also ich bin sogar überzeugt, dass bei einem sehr, sehr weiten Radius man vielleicht überhaupt keine Entlastungsschnitte auf der Rückseite machen muss, sondern die Platte einfach draufbringen kann. Gut. So, dann ziehe ich noch eine Frage raus, die auch immer viele Leute interessiert. Können Sie etwas zum groben Quadratmeterpreis als Kalkulationsgrundlage für die vorgestellten Innendämmungen sagen? Ja, leider allerdings nicht aus der Lamenk. Also da müsste ich selber in das Buch, in unser Buch, Leberpraxis schauen. Ich habe es nicht im Kopf. Also da ist es aber alles nebeneinander gestellt. Was kosten diese Arten von Dämmung, wenn ich sie vergleiche mit einer Dämmung mit Gipskarton und Dampfbremse und halt Mineralwolle, die wir aber auch sowieso halt in diesem Kontext nicht wollen. Aber man muss natürlich ungefähr wissen, wie da die Preise sind, wie da die sogenannten Hausnummern sind. Aber gerade in der Denkmalpflege mit den kleinen Flächen, mit der unterschiedlichen Erreichbarkeit, mit den unterschiedlichen Anschlussdetails, möchte ich dieses Thema allgemein doch auf die Fachberatung im Einzelfall dann verweisen. Also sie bekommen von uns sicherlich Hinweise, mit welchen Kosten sie ungefähr für ihr Objekt zu rechnen haben. Okay, dann nehmen wir das für morgen für den Fragenkatalog auch nochmal mit auf. Gut, dann schaue ich hier nochmal durch. Vielleicht noch eine Frage, die sicherlich gerade jetzt bei den Temperaturen, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen zu Hause ist, aber hier in Viersen ist es nicht besonders warm, noch interessant ist, es kam hier die Frage, wenn mit den Lehmprodukten gerade gearbeitet wird, ob man da, ich muss die Frage nochmal suchen, ob man bei der Trocknungszeit und auch bei den Außentemperaturen aktuell auf irgendwas achten muss? Nein, bei den aktuellen nicht. Also wir sind ja gerade beim Spätherbst. Ich nehme an, es geht darum, wie kalt es ist, dass Sie nicht in irgendeiner Region sind, wo es noch 30 Grad und sehr, sehr feucht ist, wo man aufpassen muss, dass der Lehmprodukt während der Trocknungszeit halt da keinen Schimmel bekommt oder so. Aber im Winter ist es eigentlich oder in der Jahreszeit kein Problem, bei diesen Temperaturen überhaupt nicht, wirklich, aber auch mal überhaupt nichts zu denken. Grundsätzlich sollte es während der Verarbeitung, wie für alle Putze auf der Baustelle selbst und während der Trocknung nicht viel kälter als 5 Grad sein. Also ein gewisser Korridor zum Gefrierpunkt, der sollte schon da sein, weil sonst das Material wirklich kaputt frieren kann. Das ist sogar ein historisches Aufbereitungsverfahren gewesen. Und wenn Sie im Winter sehr schnell trocknen wollen, dann tun Sie gut daran, wenn Sie die Baustelle leicht heizen, also da reichen schon 10 Grad mit irgendwo dem alten Elektroradiator oder sowas, und gleichzeitig für einen moderaten Luftwechsel sorgen. Denn wie eben schon beschrieben, die kalte Außenluft ist sehr, sehr trocken. Wenn man die aufheizt, dann geht es ja den umgekehrten Weg des eben beschriebenen. Und sie kann ganz, ganz viel Wasser aufnehmen, was man dann auf diesem Weg herauslücken kann. Also Winterbaustellen, wenn man die etwas heizt und gut lüftet, trocknen viel schneller als Sommerbaustellen. Ja, also es darf nicht gerade frieren. Und beherzigen Sie, dass Sie die Trocknung vielleicht auf diesem Weg ein bisschen unterstützen. Dann ist das überhaupt kein Problem. Gut, ich denke, das war ein guter Abschluss. Also wir haben, glaube ich, so 40 Prozent der Fragen jetzt geschafft. Die anderen kann ich nur noch mal sagen, die kommen noch. Und ansonsten kann ich mich nur bei Ihnen allen für Ihre Teilnahme und Ihre Aufmerksamkeit bedanken. Laden Sie gerne ein, auch für die kommenden Webinare wieder. Wir haben im Moment noch keinen Termin für das nächste Webinar festgelegt. Das werden Sie aber dann sowohl auf den sozialen Netzwerken als auch bei uns auf der Webseite finden. Und ansonsten stehen wir Ihnen auch so ab morgen wieder frei zur Verfügung. Und ja, wünsche Ihnen auch allen einen schönen Abend. Bedanke mich auch noch mal sehr bei unserem Referenten. Lese hier wieder tolles Feedback, dass es sehr gut war. Und ja, vielen Dank und einen schönen Abend. Auch für mich. Vielen Dank und einen schönen Abend. Vielen Dank.